Fahr zur Muschelfarm. Frag nach, wann Klieland am Sonntag dort gesehen wurde. Du gibst mir dein Auto? Ja, fährt sich gut. Okay, klar doch. Automatik, oder? Nein, Handschaltung. Reingelegt. Geht bei deinem Wagen immer nur der erste Gang? Du bist nur im ersten gefahren? Wieder reingelegt. Über manche Dinge macht man keine Witze, Sims. Über Männer und ihre Autos? Ich denke schon. Bis zum nächsten Mal.